Beste Freunde, harte Gegner, so heißt er der Titel von heute bei Yu-Gi-Yu The Duelist. Mit dem Sieg von Joey über Bandit Kate war nun noch an der Zeit für das Duell des Turniers. Es war Joey gegen Yu-Gi. Beste Freunde, beide duellieren sich für große Gründe. Ich muss dieses Spiel gewinnen, sodass ich Pegasus duelliere und meinen Vater retten kann. Aber um Pegasus zu bekommen, muss ich meinen besten Freund Joey schlagen. Ich muss es für meine Schwesters Sinetit gewinnen. Yu-Gi, ich hoffe, du hast nicht irgendwelche Bedenken, dich gegen mich zu duellieren. Es tut mir leid, Joey, aber ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Schau, Yu-Gi, du hast es selbst gesagt, dass wenn es zu uns beiden kommt, würden wir einfach unser bestes und ernsthaftes Duell spielen. Das ist die einzige Art, wie wir wirklich wissen werden, wer von uns am besten drauf vorbereitet ist, Pegasus im Finale ranzunehmen. Lass uns also duellieren. Okay, vielleicht hast du recht. Ich möchte das vielleicht nicht, aber dennoch, es muss getan werden, wenn wir Pegasus schlagen wollen. Was sagst du, Yu-Gi? Lass uns machen. Okay, Joey, es ist Zeit für ein Duell. Und wir haben schon wieder gewonnen. Zum Glück mache ich nicht einen guten Anschein. Oh, ist das schon richtig, richtig heiß, die Runde. Folgstufe 9 und 32.000 Defense. Naja, dann wollen wir erstmal zwei Karten noch ziehen. Dann wollen wir, was wollen wir denn? Ich habe einfach so starke Karten. Dann wollen wir mal hier in den Verteidigungsmodus gehen. Und das war es erstmal. Oh nein, oh nein. Der hat den 1000-Jährigen drauf. Warum hat denn der 10 Karten? Was hat denn der jetzt? Ah, okay. Dach nicht da. Aber mit 1800 macht er auch nicht viel, oder? Demfalls hat er jetzt einen Monster in Angriffsmodus. Wir hatten Polymeration, hatten wir schon mal. Dann würde ich sagen, beschwören wir Antikregel. Und holen uns da mit. Achso, der kann ja nicht alles. Mist, okay, gut. Dann holen wir dunkler Magier im Angriffsmodus. Und greifen damit sein kleines Monsterchen hier an. Auch wenn ich sehe, da wird irgendwas kommen. Ja, genau. Mein Monster wird zerstört. Alter, was geht denn jetzt bei dem ab? Da holt sich nur... Ja! 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 Da kann mich mal... Was soll denn das? Ähm. Bei der Karte noch nicht, nein. Aber bei der, ja. Ja. 3200 möchte ich mir nicht als Schaden antun. Ich habe fucking Polarisitz. Effekt aktivieren. Ich werde es bereuen. Ich werde dunkle Magier wegwerfen. Ich werde es bereuen. Ich weiß es. So, dann können wir nämlich... Ein Monster der Stufe 5 aus meiner Hand hinzufügen. Und ich gehe auf Gaia. Und dann können wir den Effekt aktivieren. Auch wenn das gerade vielleicht nicht ganz so schlau war mit Gaia. Und dann können wir den Effekt aktivieren als Normalstu... Ich setze Gaia... Können wir nicht setzen. Achso, ja stimmt. Als Spezial hier. In Angriffsmodus. Und können damit sein eigenes Monster zum Glück sie ebenfalls zerstören. Und wir gehen in die Endphase. Alter, mit seinem... Tier... Totenkopf... Halleluja. Hat er echt Glück. Ich bin in Mainz zurück. Eine Karte gerade mal verdeckt. Nice Sache. Das freut mich ja richtig. So, letzte Runde. Erweigerufener Totenkopf. Schöne Sache, nicht wahr? Warum holt er sich jetzt noch eine Fusionskarte? Er macht mich doch eh fertig. Ja, das ist ein Glück und du kannst das Preisgeld holen, aber das lasse ich mir nicht auf mich sitzen. Weil ich einfach nochmal von vorne bin. Ja, jetzt habe ich schon wieder diese fucking Karte. Ich habe sogar den roterigen Drachen hier. Aber leider, das bringt uns leider alles noch nichts. Deswegen gehen wir hier, setzen diese Karte verdeckt und beenden uns den Zug. Wir warten jetzt eigentlich auf den schwarzen Magel. Den können wir setzen, können wir den Opfern und haben 3200 Monster auf meinem Feld. Oder 28 und 3. Oh, Babydrache. Wow, ich habe zweimal diesen Monster, äh, diesen Drachen. Mir fehlt eben ein herbeigerufener Totenkopf. So, wir greifen uns an. Er hat nichts, um das zu verhindern. Das ist auch ein bisschen neu, aber okay. Ja, nice. Das freut mich. Er hat meinen Monster und seinen Monster zerstört. Wir haben herbeigerufen den Tod. Und wir aktivieren den Effekt von Polymeration. Holen uns den schwarzen, toten Kopftrachen. Eine Fusion der Stärke, die es sonst niemals geben wird. Außer von den Götterkarten. Im Angriffsmodus. Ich hoffe mal, der holt jetzt nicht irgendeinen Monster, irgendeine Karte, die meine Karte hier zerstört. 3200. Greif ihn direkt an. So läuft das ab. So, wir greifen mal weiter an. Ich weiß, er wird jetzt, er wird dort eine Karte jetzt drunter haben, die mich vernichten wird. Hoffentlich nicht. Ja, gut. Runde wenden. Hier geht das jetzt die ganze Zeit so weiter, bis er irgendwann mal Polarisation oder so einen Trick hat. Wir aktivieren schon mal diese Karte. Da können wir uns jedenfalls schon mal einmal Polarisation holen. Und sobald wir dann unten eine andere Fusionskarte noch haben zum Fusionieren, können wir die dann aktivieren. Bis dann greifen wir immer wieder seinen nur verdeckten Monster an. Geil. Nein, 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 nein. Welchen Monster holt er sich? Welches Monster holt er sich? Er wird kein Monster. Warum hat er sich jetzt Polarisationen geholt? Na gut, dann greifen wir ihn weiter an. Obwohl er es gerade ein bisschen... Na gut, jetzt hat er schon mal Polarisationen. Vielleicht hat er die zweite Karte schon mal auf der Hand. Und dann wird das ein bisschen eng. Oh, oh. Er hat eine verdeckte Fallenkarte gelegt. Und wir haben schon wieder Schwarzer Magel. Kann man eine Infusion aus Schwarzer Magel und Schwarzer Magel machen? So, und das wird jetzt mein Untergang sein. Das sehe ich doch jetzt schon. Ja, das war mein Untergang. Jetzt bin ich gespannt. Achso, ich gehe nur in Verteidigung. Oh, ich gehe nur in Verteidigungsmodus. In 2500 bin ich trotzdem noch recht gut. Oh, ich muss eine Karte aus meiner Hand legen. Leg mal einmal Schwarzer Magel aus der Hand. Weil, was soll ich mit zwei Schwarze Magel auf der Hand, wenn ich noch nicht mal... Nein! Nein! Na! Alter! Was ist denn gerade passiert? Schau, Tornado! Was geht bei ihm jetzt ab? Der kann mal... Der... Ah! Ich habe... Ich habe noch... Ich habe noch die Karte. Wir setzen diese Karte hier. Aktivieren diese Karte hier. Holen uns den Dunkeln Magier auf das Spielfeld im Angriffsmodus. Weil, wenn ich Glück habe, kann ich diese Karte jetzt nicht aktivieren. Nice! Wir beenden aber unseren... Ne, wir gehen in die Battle-Phase und greifen sein verdecktes Monster an. Und jetzt gehen wir in die Endphase. Dann können wir jetzt den faszinierenden Kreis aktivieren. Sein Monster kann nicht angreifen, soweit ich das jetzt noch weiß. Er holt sich nochmal eine Fusionskarte. Alter, das wird ja jetzt hier ein Gut-Glück-Hoffnung. Also jetzt müssen wir... Den Zeit-Zauberer beschwören. Wir müssen dann die richtige Seite aktivieren. Ja, es wurden alle zerstört. Effekt der Karte aktivieren. Ich kann meine Karte hier holen. Indem ich den schwarzen Magier opfere. Gehe in den Angriffsmodus und kann ihn mit Gut-Glück jetzt vernichten. Ich kann noch eine Karte holen. Wir holen uns noch diese Karte hier. Denn damit, wenn ich jetzt Glück habe, können wir die Karte aktivieren. Wir holen uns noch den Broteugen-Sparzen-Drachen. Greifen. Alles nur zur Sicherheit. Und greifen ihn an. Nice Sache. Nice Sache. Nun, Juri, wir wussten, einer von uns wird verlieren. Aber die gute Nachricht ist, von uns hat einer gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Kumpel. Hier, nimm meinen, der Ruhm der Karten, des Königskarten. Zeig es zu Coquette von Pegasus. Und der wird dir 3 Millionen Dollar als Preisgeld geben. Nein, Juri, du behältst es. Deine Schwester braucht das Geld. Juri, ich bin nicht in das Turnier gegangen, um reich zu werden, Juri. Ich bin nur hier, um meinen Großvater und die Kaiba-Brüder zu retten. Bitte münztest du das Geld für die Operation, für Sanity. Als ich das Duell verlor, verlor ich alle Hoffnungen für die Rettung meiner Schwester. Aber jetzt, Juri, danke. Geh jetzt und nimm dir Pegasus vor. Okay, nice. Gefällt mir? Uh, Fallgrubbel. Nice. Und nächstes Mal kommt das Millennium-Duell. Ein hartes Duell, das sehe ich doch jetzt schon. Und deswegen wird das im nächsten Part kommen und demnächst mal in der nächsten Aufnahmeseason. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen vorproduziert gehabt. Zwei Parts für die Zeit, wenn ich nach Görlitz fahre. Weil dann werde ich nicht gleich aufnehmen und sofort hochladen können, weil das Internet dort sehr schlecht ist. Und ich auch andere Aufgaben habe. Deswegen habe ich ein bisschen vorproduziert und würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt es nur noch um. Wenn ich die Änderung unten schreibe in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Wir sehen, wir haben noch ein paar Kämpfe hier vor uns. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kämpfe nur noch. Elf Parts noch. Und danach gehen wir in Yu-Gi-Ju-Ex. Und danach in Yu-Gi-Ju-Fifties. Und danach in Seale. Und das letzte Kampf wird Yu-Gi-Ju-Arc-Five sein. Ein bisschen mit so an, sagt er nicht mehr so halt. Ciao, ciao.